Scheiß Vorführer-Effekt. So, 85, 7, 305, 2 und so, weißt du noch da was? Nee, natürlich. Scheiß, und jetzt schau dir das an, was ist nur los? Hey, Operation Firestorm klingt irgendwie episch. Ja, da hab ich auch schon gespielt. War das nicht diese Wüste? Ja, genau, ja. Ja, da erinnere ich mich, da erinnere ich mich, als ich 69, 13 hatte. Genau, das war hier, ja. Da bin ich voll verkackt, aber du hast die Welt gerettet, praktisch. Du hattest 1337. Ich weiß nicht. Das war aber alle 7 von uns. Voll fies, wie das russische Snipes, einfach einen kleinen Zoomer, das das amerikanische. Voll fies. Wie viel, das hat doch nur... Das hat ja, das hat einen siebenfachen, genau. Das sind wir russen, ja? So, wo kann man snipen? Und schon wieder beendet mich der Lebegott. WTF, da ist ein Flugzeug, da ist ein Flugzeug. Ich werde jetzt den Piloten snipen. Ja, gute Glück. Danke, Bro. Eine erhöhte Position. Eine Leiter für die immer zu einer erhöhten Position. Noch eine Leiter hier. Achtung, wir haben einen feindlichen Schiff in eurem Gebiet gesichtet. Drückt mit äußerter Vorsicht weiter vor. Gegen den Panzer kann ich wenig ausrichten. Aha, wir sind verteidiger. Gut, dann müssen wir nur chillen. Was machst du da oben? Warte, wie nur Panzer sind. Warte. Oh shit, die schießen wir auf uns. Rosa. Bonus bei Sicht. Hm, das war doch hier nur einer. Ich höre die Jets, Bro. Stimmt, stimmt. Ich bin ja auch... Das muss man spielen lassen. Die... Special Effects sind echt episch. Ah. Also die Sound Effects sind echt episch. Also die Sound Effects sind echt episch. Also die Sound Effects sind echt episch. Was ist denn das denn hier? Das da? Was ist das? Das ist so ein Einstieg. Okay, das sieht immer geil aus. So wie er sichtbar für die Gegner gemacht hat, wie wir die das auch zerstören können. Ja... Die... 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 Na gut. Was ist das? Der Taktikeinstieg des Pfeiles. Zerstören wir ihn. Irgendwie passierte wenig. Und ich hasse es auf was zu warten. Deswegen werde ich jetzt nach unten gehen und rapen. Das ist Rush. Du weißt, was Rush bedeutet. Rushen? Warten ist der Feindpunkt. So, das widerspricht dem Namen. Ja. Weil ich sehe einen. Ein Verteidiger muss ich sagen. Warte, ich hasse snipen. Wieso? Weiß nicht. Ich fehl ihm, oder weil ich liebe es. Also... Toll, jetzt nehme ich mein Panzer, mein Ziel weg. Und zerstört das ganze Haus. Ja, nehme ich doch meine Frau, meine Kinder. Das ist ein schlechter Verlierer, ey. Die können ja einfach nicht damit leben, dass ich snipen kann. Toll, da kommt jetzt... WTF? Das ist jetzt über den Bergen Fahrzeug geflogen. WTF? Äh... Okay. Geil. Immerhin sehe ich als ein Sniper viel von der Welt. Ah, der versucht uns zu flankieren. Jetzt wird mich klein. Ja. Ich... Ich werde ihn... Erwarten? Ja. Und entscheidest du schon kaputt. Feindlicher Panzer. Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Gebiet gesichtet. Das ist mehr so eine Fahrzeug-Map, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich erreiche hier als Sturm-Sunderteil gar nichts. Ja, aber ich als... Ich als Sniper noch weniger. Nee, du als Sniper könntest das erreichen. Aber ich kenne. Das hat Sniper mit dem Scope hart. Ja, aber ich... Ich sehe keine Feinde. Ich sehe nur Panzer, die da... Die da hier... Hier hinrollen. WTF? Wir sind 12 zu 7. Das ist ja gay. Also 12 gegen 7. Ist doch scheiße. Achtung! Der Feind hat eine Lade platziert. Ah, endlich. WTF? Wie haben die das denn geschafft jetzt? Genau, dann habe ich da bis 120 Meter Sprinten. Total, um die Sprinte ohne Arme zu benutzen. Ich will eine scheiß Knarre halten. Der zieht sich hier fest. Guck gemacht, die Ape. Ah, ne, Moment. Achtung! Der Feind hat das Altersziel neutralisiert. Over. Oh. Hast du's deaktiviert? Ne, aber ich hab den... den... Typen geklingelt wenigstens. Ah, tue. Wow. So, jetzt werden wir uns alle bei B versammeln. Wir haben noch keine Chance. Im Hauptlichen Sinn. Vermutlich. Und dann habe ich wenig im Sichtbild. Ich glaub, als Pionier hätte ich hier mehr zu tun. Ah. Ja, vermutlich werde ich wechseln, damit ich mal da aufgehen. Stolz? Stolz du? Ja Liest du mich? Komm, was hältst du? Toml, Toml, ich bin gestorben Rede mit mir, bitte Oh Mann ey Bleib gefälligst am Leben, wenn ich mit dir rede Wo kommt der Typ jetzt her? Bitte von hinten bis nach Ja Von hinten links, belebe ich mal wieder Ich weiss, wer ist Arbin Scheiße So los geh ich Arbin gekillt Hä? Wie in Schärfe? Ja, Harbin jetzt Harry Weil ich kann liegen Nachladen und gleichzeitig in Schärfe Du bist total ein Multitasking-Talent Du kannst bestimmt noch pinkeln dabei Ja Ich wollte gerade sagen, ich bin wirklich fern Achtung, in eurem Einsatzgebiet ist ein feindlicher Panzerjäger Oh was? Wie's hier abgeht, ey Und ich so'n kleiner, mickiger Sniper, der da versucht sein Glück zu Ich glaub das an Er ist nicht immer da Er ist nicht immer da Es wird sogar angezeigt, dass es ein Squad-Leader ist Ich hab ihn schon mal... Ja, Hilfe bei Killen im Sinne Ja, du bist auch Squad-Leader Achtung, wir haben meinen Schutzt nur, komm mal zu mir Schutzt nur, komm zu mir Eagle Five, ich komme WTF? WTF? Schutzt dir da drüben, da drüben der fahrt du bist klasse sinne mann ja was wollte sind von mir ich will jetzt dass der typ drauf geht das schon längst liegen die damalte sehen hinten links rechts ist ich habe ihn ich habe ihn die eier geschossen ich habe ihn ich habe ihn die eier geschossen also pass auf gehen wie wäre es wenn wir was ich sehen ich habe ja warte sobald ich den gegner eigentlich mal habe du kannst schon mal gehen ich habe den stadt alter dreist jetzt endlich doch drei schüsse brauchen zu fuß ein geisteskranker scharfschützer und die alte marie mit dem sturmgewehr rennen in den torwart der hinten war siehst du da haben wir schon was ergeben da haben wir noch einer wir können nicht weiter okay gut dann lasst uns den berg da hochgehen zumindest so weit es geht das ist das was soll er tun du siehst auf der karte vom vorjahr wir sind ziemlich weit weg vom b ich meine panzer vorbeikommen sind ja genau das ist es sicher auch auf den hügel mit dem ich auch hier sind der auch gut geht zurück zu b zurück zu b der kommt ein jeep auf uns zu der kommt ein panzer auf uns zu ja aber der panzer ist langsam der jeep ist schneller bei mir fuck er jagt mich der panzer jagt mich ich glaube ich kann ihn überraschen ich weiß nicht dass ich hier bin ja hilfe bei kill na fuck ich habe ihn gerade in sichtweite gehört ach das ist ein panzer das ist auch dreckig wie wir praktisch spawn campen tun wir gar nicht ja wir kämpfen äh was tun wir ja wir kämpfen da wo sie durch müssen also ist das bauen camping ich nicht mehr ja stimmt ich bin der böse schwarzer mann du bist schwarzschutz achtung wir haben ein jet in eurem jeepie gesicht over so leg mich jetzt hier hin und warte ich bin noch nie gestorben episch ich auch nicht echt nicht ja ich habe nur zwei kill sind oder sechs und bin fast der vorsicht weiter vor over wegen mir kommt gar nichts und auch da erzähl ich was ich habe versucht einen panzer über den berg zu fahren boah das haus ist episch angestürzt nicht gesehen tja kumpel toll bei uns passiert nichts da vorne passiert nichts was soll ich tun wie ist die Aussicht ja epische Grafik oh der raucht der vom Panzer aufsteckt stimmt in sich nicht wo die liefern sich ganz ein episches Panzer geil ja ich steuere auch was bei Granate oh shit unsere Züge ja Sniper Rifle ja eigentlich ist mal was passiert alles klar geiles Blut das ist wie ich von hier aus das Blut da oben sehen kann das ist doch episch das ist unheimlich Ok langsam, langsam wird's langweilig. Immerhin sind schon mehr Gegner geworden. Immerhin tötest du was. Ja, ja gut, das stimmt schon, ab und zu, wenn mal was hier vorbeikommt. Ja, ich töte einen Falk, sobald nachdem du zwei getötet hast. Und ich bin, ich bin drittbester, ey. Sie ärmerlich. Scheiße, wir haben das geschafft. I'm coming. I'm coming. Ich muss zurück. Ich muss meinem Team bei stehen. Ah, ok, schon ein Schäft. Ah, danke. Wie so ein Helm, doch. Ah, hab mir jetzt die Pionierklasse von so einem Typen gekrallt. Feindliche G-Pol in einem Einsatzgebiet gesichtet. Over. Fuck, wie hab ich das denn jetzt geschafft? Aber eigentlich ist das ziemlich nett von EA, dass sie dem anderen Team verbieten, das Camp des anderen zu belagern. Ja, das stimmt. Das ist, also eigentlich ein richtiges Spawncamping ist gar nicht möglich. In COD ist das bestimmt möglich. Ja, in COD ist das möglich und wie das möglich ist, das kann so helfen. Also B-Wit vom Panzern überlagert, ich kann nichts dagegen tun. Das ist dieses Einsatzziel angreifen. What the fuck, siehst du, wie der Typ da durch die Luft fliegt? Ja, hab's gesehen. Das ist aber geil. Wie dieses Defibrillatorzeug, das ihm durch die Luft schwebt. Ich dachte mir erst mal, what the fuck, was ist das? Bis ich den, die, den leichten Leichnam gesehen hab. Scheiße, du ist gut. Das ist das einzelne Spiel, das ihr angreifen sollt. In eurem Gebiet ist ein Feindlichersweiler. Ah ja, Auge ist gekommen. Fuck, ich hab keine Munition mehr. Will das, will das Duell mit ihm? Rück, äußerst Vorsicht weiter vor. Over. Oh, nicht schlecht, Junge. Hat er dich gleich? Nein, ich hab keinen Schuss mehr, ich muss jetzt weggehen. Mit der M-M. Ja, da hab ich gewischt, war klar. Ich denke mir, dass du nur Posse bist. Ja. Was anderes kann's nicht sein. Mein nächster Tode, und das war ein Sniper, jämmerlich. Wobei, nein. Das einzige, das einen Sniper töten könnte, ist ein Sniper. Macht das Sinn. Oder Dummheit. Bei mir war es Dummheit und ein Sniper. Sehr schön. Wieso tut das einfach keine Dinge mehr? Da ist einer bei B. Da ist ein epischen Assassinen. Hurra! Aua! Das war schon von irgendwas geraapte. Ja, ich auch. Rawler-ETV, was ist das? 3-ETV, was ist das denn? Aha. Entschuldigung. Ja, Jungs. Ja, Jungs, wo keiner... Oh, wir haben uns entschärft. Ja, ja. Ich hab den Attentäter gekillt und die haben uns entschärft. Fucking shit, da schießt was auf uns. Achtung, unter dir, unter dir. Was ist denn unter mir? Ah, Mann ey. Da unten ist einer. Ja, das weiss ich auch. Ja, da, ich seh ihn. Gottverdammt! Hat er dich? Nein, aber ich hab... WTF, wie das Ding fliegt? Fuck, ich hab etwas snipen. Er ist noch immer da unten. So. Ja, WTF, jetzt hat mich ein Sniper. Aber ich hab einen Hazer-Pointer freigeschaltet. Von da hinten hat er mich gesnipet? Oh stimmt, der hat... Oh, ich will nen Bipod, man. Ja, dann musst du nicht atmen. Hab ich Tochter... Ja, man, dann muss ich nicht atmen, ey. Was bin ich? Cyborg. Das sind wir sowieso. Na, stimmt. Wir müssen auch nicht atmen. Ja, das weiß ich. Panzer. Ah, shit. Ah, das ist keine Chance. Ja, er hat mich. Aber ich hab ihn eh gewonnen, also. Das stimmt. Ich kann aus BR-Special. Fuck yeah! War das gar nicht mal so schlecht, oder? Mhm. Und das als Verteidiger. Stimmt, jetzt sind wir Angreifer. Ich freu mich jetzt schon Angreifer zu sein. Toll, ich bin so ein Versager. 11-2, fuck yeah! Ich hab kaum was gemacht. 4-3, Mann. 4-3. So ein scheiß Loser. Was hieß denn, T-UX? So ein Meldesensor, oder was? Hast du das Fallgeschaltet raus? Ja, T-UX Gadget, Aufklärer. Der Tactical- Ah! Der Tactical Unattended Ground Sensor verwendet Bewegungssensoren, um Gegner wahrzunehmen. Es nimmt dann einen Piepton ab und kann mit langsamer Geschwindigkeit umgangen werden. So, so. Und ein Laserpointer, Spezialisierung Sprengstoff. Eine EOD-Weste, mit der mehr Spreng- und Raketemunition getragen werden kann. Nächstes Objekt, Tarnmuster. WTF? Ah ja, das ist Tarnung. Ja, das ist Tarnung. Dein Anzug, total nutzlos. Hm. Ah, toll. Ihr hättet mir vielleicht eine andere Option geben können, sowas wie Hautfarbe oder so. Was? Wie geil. Das gibt dir Abos. Das ist so geil. Oh nein, ich abonniere dich jetzt zweimal. Das ist also so. Nächste Freischaltung. Hautfarbe Amerikaner. Hautfarbe Weiß. Durch Hautfarbe Weiß können sie endlich dieses Nerven-Gabsch. Aber gestern wir es nicht. Ihr auch. Ich auch. Oh man, jetzt bin ich einmal und hab nix. So, jetzt sind wir noch mit Army episch im Snipen und dann warst du. Wo bist du, wo bist du verdammt? Ich? Wo ist mein Squad Leader? Ja. Der kommt jetzt. Also, was nehmen wir? Komm, wie nehmen wir das? Ey, der Squad lieber da fährt, nur damit das klar ist. Okay, gut hier. Warte, ich will neben dir sitzen. Ich kann nicht neben dir sitzen? Doch auch. Fuck yeah. Warte, ich hab einfach die Freundschaft vorhin ausgepackt und snipet. Warte, fahr ein bisschen langsamer. Was? Oh shit, ey. Wie soll ich damit snipen? Dö, 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 dö. Okay, aufsteigen. Wir verschätzen uns jetzt in dem Gebäude. Komm nicht mal rein. I'll clear you. Ich greife jetzt deren Wichser-Panzer an. Wichser-Panzer, ja. Ich hab's kampfinfähig gemacht, ist aber noch nicht kaputt, oder? Nein, das heißt, die bleiben jetzt da stehen oder steigen aus. Ja, ich hab's zerstört. Ich hab noch mal 50 drauf. Aber mich hat ein Typ gekillt. Lebst du noch? Ja, ich lebe. Gut, dann lass mich bei dir spawnen. Nein, ich bin tot. Fick. Tim kam von hinten. Gut, dann spawnen wir bei diesem Typen da mitten im Nirgendwo. Toll, der fährt nicht. Ah, jetzt fährt... WTF, der fährt zurück? Toll, der fährt im Kreis. Was für ein scheiß Bikehead. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja. Lass dir diesen Blastort allein warten. Ich schick ihm noch eine Rakete hinterher. Oh, Fick. Er hat uns verarscht. Wo ist er denn? Jetzt fährt er ohne uns. Ja, eben. Er wollte nicht mit... Ich bin mal ein Ass für ein Hund und so. Komm mit. Ich hoffe, er kann nie seine Hautfarbe enden. Jetzt guck mich mal an. Ich werde Spurler, ja. Warte, wie du... Schnell. Ach komm, wir machen das... Knife-Ownik, komm. Boah, du bist viel schneller als ich. Ich hab ein Mission-Upgrade. Ich hab Sprint. Ficken. Guck mal, wo ich bin. Auf die Map, ich... Ich seh's auch auf der Karte, dass ich jemand gesehen hab... Was? Mach's gut. Ich bin weniger rauchen. Was? Ist das einer? Ist das ein Fahrt? Nein, das ist ein Leifen. So, ich brauche jetzt mal die Kippe. Wir haben B schon zerstört. Toll. Mir kommt zuerst so weit. Das zweite Mal hier an. Okay, ist weg. Alles klar. So, dann werde ich jetzt voll Staff-mäßig da reinschleichen in die total auffällige Röhre. Ja, wenn der Röhre infiltrieren müssen hält. Sam, Sam wäre eifersüchtig. Und stolz zugleich. Ja, sieht alles... Ja, darüber lässt sich streiten, ob das stolz wäre. Sieht sicher aus. Ja, what the fuck, ich schieß es und ich sterbe. Warte, warte, warte. Ich bleib bei... Pass auf, da ist einer, da ist einer. Wenn ich wieder und dann... Oh nein, du kannst mich... Nee, ich kann dich nicht wiederbeleben. Warte, 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 komm, ich weiß, wo ist. Jetzt neib ich den Piss. Oh shit, oh, zum Glück bist du gespart. Ja, what the fuck. Ja, das ist auch scheiße. Oh Gott, wie ich das hasse an ihrem Spiel. Man ist ne... Man ist ne... Man ist ne Hegemo... Ja, das auch. Man ist ne Hegemo sicher. Gut, das ist eigentlich auch cool. Nicht n... Naja, wir fliehen zu viel drum. Was, lass mich jetzt barren... Aha, dein Panzer ist... Oh, ich bin... Ich bin im Jet. Ist ein Jet? Cool. Wie fliegt man das scheiß Teil? Lass mich fliegen, ich weiß wie man fliegt. Du wirst da das Ding abschließen lassen. Warte, ich komm jetzt her. Nein, 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 flieg nicht! Flieg nicht! Du wirst abstürzen. Ich weiß wie man fliegt. Stunze, wie land ich? Du wirst nicht losfliegen, so ein Mann jetzt. Ja, schön langsam. Was ist, wenn ich den Schub loslasse? Ist das schlimm? Nö, du... Du hast ne... ne konstante... Geschwindigkeit. Was genau schiesse ich da ab? Keine Ahnung. Nullektion an. Ganz vorsichtig. Guckst du mir jetzt zu? Ja, ich guck dir zu, bis ich da... Ich muss eh dahin nach... Ha, ha! Strap! Oh, Mähdech, Mähdech, Mähdech! Ähm, ich will mal wieder hochziehen. Oh Gott. Äh, toll! Entweder du landest und gibst mir das Ding... ...oder du fliegst jetzt wie ein richtiger Adler. Ich bin ein Adler. Macht man was mit dem linken Stick bei dem Teil? Na ja, lenken. Ich denke auch die ganze Zeit nur mit dem linken Stick. Äh, rechten Stick. Na ja, ich muss mal wieder hineinsetzen, dann kann ich dir sagen. Ah ja, der macht's mini... Ihr legt mini Magenklicks. Und mit rechts, da drehst du dich. Toll, da erwisch ich ja nie jemanden. Ja, ich krieg das Ding doch nie gelandet. Langsam fliegen. Ich will endlich mal was kaputt machen. So, jetzt muss ich dir gerade... Jetzt muss ich gerade fliegen. Also. Oh. Irgendwie ist es langweilig in den Ding zu fliegen. Ah. Ich bin eher voll der Kunstflieger. Oh. Oh. Der schöne Jet. Das sich eliminiert. Ach, dankeschön. Soweit bin ich auch schon. Kann man da irgendwie Raketen noch abfeuern? Wenn du sie freischautest, ja. Aha. Na gut. Autsch, Autsch, Autsch. Toll, ich spawn bei dir und sterbe. Toll, der hat 60. Ich hab' er. Und ich bin tot. Weißt du, was dich auf Stinger reimt? Hm? Schwinger. Jetzt bin ich im Jet. Verräter. Dann kann man schnell auf, ob ich noch fliegen kann. Achtung! Ich meine darum wurde vom Fein in Charm! Oh! Genau, mit dem linken drehst du dich und mit dem rechten steuerst du dich. Wie soll ich hier was treffen, ey? Das ist ja alles im Gebäude. Das ist ja alles im Gebäude. Ja, eben. Wenn wir mal. Scheiße. Das ist ein scheiß AT-Mieter. Sorry, kann ich mit dem Jet einfach nichts ausrichten. Jetzt weißt du, wie ich mich auf jeden Fall. Ja, nur bin ich nicht gecrashed. Noch nicht. Da ist noch bestimmt ein Platz noch ein anderer in der Luft. Echt? Fuck, stimmt das nicht? Kannst du den für mich markieren? Ist er schon markiert. Aber ich seh nicht. Gerade oben ist er. So, ich muss jetzt endlich mal mein erstes... Keine Werte mehr. Er geht voll auf uns los. Ja, ich seh den nicht. Wo ist er? Warte, ich muss ein bisschen höher gehen. Toll. Ich bin mich grad voll nutzlos. Irgendwie bin ich stecken geblieben. Echt? Warte, ich muss nicht... Warte, ich muss nicht... Warte, fuck! So, boah, ich bleib ziemlich hoch oben. Warte, fuck, wie... Warte, fuck, wie hoch bin ich denn? Das sieht alles so klein aus. Oh nein, ich bin noch ziemlich weit weg geflogen. Okay, wo ist das Ding? Leg dich nicht mit einem an, der besser sitzt. Ja, ich weiß, wie man fliegt. Denk ich mal. So, ich zerstelle jetzt gerade alle deren... Willkommister. Da wird der Scheich aber nicht so erfreut sein. Ist der andere Ding ihm... ihm noch in der Luft? Ja, glaub schon. Ja, das wird... das wird's ja nicht. Ich mach jetzt ne Drehung und... lande auf dieser Piste, da. Wieso steig doch aus und mach den Fallschein? Ich will das Ding nicht beschädigen, Mann. Weißt du, wie viel Geld das kostet? Aber das geht doch nicht von deinem Lohn, ne? Ich weiß, trotzdem. Oh shit! Ja. Ich weiß nicht, wo ist das? Hast du das Chat gelandet? Boah, ich konnte noch... was im Kampfgebiet zurück. WTF, Litsch? Was ist das da? So, Geschwindigkeit drastend. So, ich lang... Die fremde Chatte sind unsere Basis. So, Leute, kann ich nicht auch Panzer damit schrotten? Obla. Sturz, ich hol dich mit dem Jeep ab. Warte, ich versuche zu wenden, warte. Wieso willst du wenden? Ich steck irgendwie fest, kann das sein? Ne. Ne, ne Ante oder so. Warte, ich seh den, ich seh den Fall ich in den Jet! Warte, warte, warte. Wie was aussieht? Geil! Ich komm gleich, ich komm gleich. Ich muss auch nicht mein Handy nehmen und das jetzt aufnehmen hier. Warte, ja, ich seh den Third Person. Komm jetzt, ey! Fuck, ich sitz hier im Felsen, na gut, ich komm jetzt zu dir. Gut. Ich bin neben dich. Ja, auf mit dem Fenster. Warum findest du das nicht lustig? Ich finde, ich find das einfach einfach nur jämmerig. Ja komm, wir konnten nichts dafür. Ja, what the fuck, was ist das für ein Farsch und der Gentle Nickles da auf der Map dort hinten und kein Sau kann ihn benutzen. Na gut, er hat sich aufgelöst. Komm, spawn jetzt bei mir. Crybaby. Der Merchant hat recht. Ey, du weißt nicht, was ich erlebt habe in diesen 48 Stunden. Los, wir müssen jetzt B zerstören. Au, das Ding hat mein... Au! Schau dir die Fensterlappen an! Was ist das für ein Spiel? Los, jetzt leg! Ja, warte, ich bin ausgeschnitten. Geil. Oh nein, ich bin tot! So, wir haben beide tot? Nein, nein, ich hab den gekillte, den ich gekillte. Sehr schön. Dann versteck dich irgendwo, wo keiner vorbei kommen sollte, muss man. Vielleicht gehen beide. Ja, schnell, 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 ich hab... Fuck, da ist einer, da ist einer. Wenn der, wenn der jetzt überlebt. Gar nicht, wir haben es geschafft. Bisschen Goldbank. Wieso? Du hast das Ding doch gelegt. Ja, egal, gemeinsam haben wir es geschafft. An sich hast du mich gar nicht gebraucht. Doch, du hast den, den Typen... Ja, gut, ich hab das Ding manövriert, das stimmt. Fuck, da ist ein Panzer. Naja, Panzer fahren. Das kann nicht alles noch ausweiter. Ja, Mann, da mussten wir auch immer Panzer fahren, weißt du noch? Nein, nein, natürlich. Ich bin nicht der einzige Sniper hier. Scheiße, ich hab noch 13 Prozent, ich muss überleben. Ich bin schon da, ich komm gleich, komm gleich, ich komm gleich, ich bin da. Tolle Sniper, das bin mir auch ein Scheiß. Tolle, du hast wieder 7-7. Ich hab zwei Kills und zehn Deaths. Ich hab erstmal ein schlechtes Leben. Ja, du musst aufpassen, spiel vorsichtig. Ist auch grad aufgefallen, dass das Match recht lange dauert? Ah. Wenn das war erst die erste Basis. Jesus. Wip, ich hab die halbe Wand gefickt. Oh nein, ich wurde gemessert, fuck. Oh nein, ich wurde gemessert, fuck. Oh nein, ich wurde gemessen. Siehst du dieses riesige Loch in der Wand? Hast du das? Ja. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Was denn? Das ist irgendwo, ne, das ist ein Schafschutz irgendwo gewesen. Was denn irgendwie so? Ich hab den Schafschutz in den Schafschutz einfach nicht geschickt. What the fuck, wie einfach ich nicht treffe? Ich hab den Опels 12 he? Ich hab den AEW gewinnen, wenn er weitergeht. Ja und er ewig gewinnt, wenn er weitergeht. Wo ist er hin? Diese Judo hat eine Granate geworfen, das ist gegen die Sniperregel. Wo ist er hin? Es sind über alle Berge. Okay. Na klar. Wo lebst du noch? Ich bin wieder. Nachdem ich zwar immer gefickt wurde. Jetzt zu A. Ich weiss ja, der Typ ist links von uns irgendwo. Hey, dieser Camper, das ist so grausam. Wobei, das müsste nicht mal ein Camper sein. Ich hau grad das halbe Gebäude zu brei. Ist auch noch mit mir richtig zu tun. Okay, ich krieg... Ich jetzt noch... Ah nein, das wurde schon gelegt. Okay gut, dann werde ich mich jetzt dafür schanzen und snipen. Das Granatenwetter, ihr Ärsche. Was soll das hin? Ja, ich hab ein... Oh ja, die Typen, die ich... Die Typen, die ich gemassert hab, hab ich jetzt mit nem... Raketen fertiggemacht. Und mir wusste ich nicht mal, dass er da ist. Weil dieses Einsatz die landet. Ist irgendwann ein Snapper, der es aber abmich abgesehen hat. Wenn's dir dadurch besser geht, er hat's nicht nur auf dich abgesehen. Er hat's auf jeden abgesehen, den er vor die Linse kriegt. Da bin ich aber beruhigt. Da ist da war einer. Ich liebe es, wenn ich da mit so Schalden verspiele. Los go, er ist tot da oben. Und? Gesichert. Panzer, 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 Panzer! Von wo, von wo? Außen. Achtung, da kommt noch einer. Boah, der Granat hat mich gekillt, scheiße. Noch zum Glück lebt? Noch. So, und dein B hat's wohl tatsächlich geschafft. Unglaublich. Du bist ne Legende. I am a legend. Achtung, Achtung, Achtung! Fuck, hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Können wir jetzt deine Waffe stehlen? Aber ich glaub, das ist mir rabisch. Nicht korrekt. Ich brutzle dich grad mit dem... mit dem Operaturwerkzeug. WTF, das hat funktioniert! Ich bin lieber komplett! Ja, die Brandwunden an deinem Arsch. Es ist egal. Okay, go, go, go. Letzte Schleuzung wahrscheinlich. So, jetzt wissen, wie es funktioniert. WTF, ich seh keine... Na gut, ich freg' ihn hier einfach. Ich find' den Weg frei. WTF, da war doch ne Tür! WTF, da war doch ne Tür! Konntest du nicht gucken? Ja, da gab es schon Gefahr. Ja. Hübsch. Aus First-Person-Sicht. Ja, aus was auch sonst. Die Tür knüpft mir doch fast immer. Oder eigentlich immer fast passen. Oh, Scheiße! Die haben mich hier festgenagelt! Dieses Einsatzziel müssen wir angreifen! Shit, irgendwann ist ein scheiß Scharfschatz. Hm. Nichts war ein Grundsatz. Wie soll man eigentlich Jets ficken? Die kriegen wir doch nie im Leben ins Visier. Es gibt so zielsuchende Raketen. Shit. Kein schlechter Ruf. Wir haben die Ladung kapiert! Over! Oh, wieso kann man keine Ganaten kuchen? Oh, ich sterbe. Auf den Dinger jetzt ins Gebäude. Oh, ich hab Stinger-Fall geschaltet. Ist der werbesuchend? Stinger, ja. Müsste sein. Noch eine Fall geschaltet. Achtung, wir haben das Einsatzziel ausgeschaltet. All right. Scheiße. Ich schaff schon zu. Oh, ich riskier's jetzt. Fuck, a nut. Fuck. Ui, Gescheiße. Und bin tot. Es schützt mein Vermächtnis. So, Stinger, ein Schuss, ein Schuss, schussweit. Ja, nehmen wir die mal. Der Stinger müsste eigentlich zielsuchen sein. Ja, jetzt hab ich endlich mal einen Laserpoint. Keine Ahnung wozu, aber... Ja, doch. Kann sein. Du musst da vielleicht ein bisschen nach drauf ziehen, aber... Ja, du musst dementsprechend noch ein bisschen nahe sein. Ja. Fuck, sie haben B in Shad. Okay, gut, er wurde gefecht. Was dafür ist das Laserding da? Oh, Alter, du führst. Was, echt? Ja. Ich spiel grad extrem hier. What the fuck, wie kann ich führen? Naja, was ist das? What the fuck, 416, Punk. Richtig schlimm. Es ist egal, wir machen trotzdem epische Co-Op-Action. Ja gut, das... Nein, eigentlich im Moment eher nicht. Wieso nicht? Wir haben vorhin beide Bar-Warsen gemeinsam zerstört. Ja, aber jetzt grad nicht. Ja, es muss ja nicht undauern sein, wenn es ist epische... Shut the fuck up, ich will jetzt epische Co-Op-Action. Okay, wir gehen, ist ja gut. Wie du rennst, eh. Weißt du, bei mir rennst du mit den Händen so... Ja, wirklich. Ja, ja, wirklich. Ja, ja, wirklich. Ja, ja, wirklich. Ja, 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 ja. Und bei dir, ja, ja, nicht. Genau, bei dir hast du genommen. Ich, Karl, ich... Episch der Aschallgenöpfe der Emersonalzeit. Boah, ich liebe das. Warte, du gehst von rechts, ich von... Ey... Ich wurde gesnifed. Fick. Mal schauen, wo er ist. Ah, dahinten. Der Camter fliegt im Turm oder so. Ich hab die Gegnerische Ausrüstung zur Stadt, episch. So, er hört sich nicht so. Ich warte hier, bis du hier spawnen kannst. Okay, go, go, go. Warte, da ist einer dem Messer jetzt. Ich fühl mich jetzt wie in... Ich fühl mich jetzt wie in... Ja, ich fühl mich wie in der... In der Co-Op-Story. Was für Augen der gemacht hat, als ich ihn gem... Au! Was ist passiert? Er wurde gekillt von einem, der in der Ecke kämmt mit einem Gewehr. Ja, what the fuck? Ich dachte, er wäre tot. Wie kann man für ein menschliches Wesen drei Schuss brauchen, um es zu töten? Naja, die haben doch bestimmt auch sichere Westen und so. Ja, es ist ein Sniper aus der nächsten Nähe. Ja, das ist so logisch. Ich könnte sie in einem Jet-Flieg-Stat... Ich will doch nicht. Ich hab's mit Absicht nicht getan. Ich will jetzt bei dir sein. Dieses Einsatzstil müsst ihr angreifen. Was hast du so süß gesagt, Schatz? Tja. Achtung, da müsste zu einer kommen. Ja, what the fuck? Dankeschön. Oh, ich wurde getötet. Was? Hinter uns sind überall Sniper. Gib mir die Deckung, damit ich bei uns falle. Oh, stimmt, da ist ein Sniper. Fuck, wo ist denn der? Oh! Ich verschanze mich jetzt zum Gebäude. Oh, wo hat der... Ah, fuck, die kommen da... What the fuck? Die kann ich so schlecht positionieren. Ich sehe nicht... Wo ist dieser... Jetzt würde ich... Jetzt würde ich auch gemälen. Auch gemässert. Aber was für ein Turm ist das? Also ich muss... Ich muss diesen Turm ausfindigen. Da... Ein Sniper, vielleicht wird schon wieder angeschossen. Nein, da, nein, der kann nicht da oben sein. what the fuck we sind what the fuck was für ein geiler sniping point ja ich weiß wo ist das da hinten auf diesem kran voll weit weg oh yeah ich glaube mein stinger hat den oder auch nicht und die epischen sprüche also das ist noch schlimmer ich sehe den konstanz ist zurzeit für den epischen spruch du bist doch der mit den epischen sprüchen ach ist das denn ich wurde gerade gekillt der scharfschütze wurde geschaut scharfschützt von dem scharfschütze scharfwitzig der sniper wurde gesnipt von dem snipe snipe ist okay jetzt wird der typ aus dem weg ist unter einer von gestern geschehen mesegf sie sich mit mir die stadt alle diese jacks die politik über die dritte ok jetzt wo der schnapper weg ist muss jetzt dran glauben das hat sich in der drüben hingestellt wäre ich ne gegnerischen jet hier mein scheiß ding noch mal ausprobieren doch alle geschehe du mich erschreckt oder dies dieser dieser bastard von vorhin hat mich schon wirklich bei der kämpfe welcher so diese jude diese füße diese namen vergesse ich nie wieder diese füße das ist von den facken wie verlieren das noch die map war zu episch ich will jetzt da ist er da ist er das ist der fall aber ich tue es jetzt trotzdem nicht da mann ich kann ich ziehen ja ist oben abgab abgab gewartet dass er die kürze ein was das ist das ist das ist nicht so die sie sind ein Mann das ist und nur ja wie ich mich gilt tak wo ist ein mieser ich füße Ich... Fuck! Scheiße, Lisa-Hein ist ein Geist. Egal, egal. Ich muss jetzt... Warte. Guck, 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 guck mich an, guck mich an. Ich bin hinter dir. Oh fuck, ich hab nur noch 3%. Ich hab meinen Fall schon aktiviert. Ja, ich auch, aber das wollt nicht. Oh, jetzt wurde ich ges... Oh Gott, ey. Das war's, da kommen wir nicht mehr an. Ich spritte jetzt durch. Das ist ein grüner Sniper. Warte fuck, wie die Textur ist im Nachhinein. Geladen werden. Ich komme heute durch, ne Sekunde noch. Toll, 9,22. Du bist gestorben von allen. Ich hasse den Schwestern. Komm jetzt, das schaffen wir jetzt noch. Hinter uns. Vor uns. Ich bin tot. Oh Mann, das ist alles. Ich hab die Pistole gegen eine Ampe oder so. Wenn die mich verteidigen. Egal, episch, episch was du... WTF, 17,20. Toll, 9,23. Du bist für deinen Vaterland gestorben. Ja komm, du bist der, der in die Action geht. Das ist verständlich, dass du mehr stirbst. WTF, wie hab ich für Jet Punkte bekommen? Hast du, du hast Punkte für den Jet? Ja, ich hab 60 bekommen. Ist zwar wenig, aber ich weiß auch nicht wie. Ja, ich hab noch nie Punkte bekommen. Ich hab noch 10. Ohhhh. Es ist so schwer mit dem Ding was zu treffen. Ich hasse das. Ja, du brauchst auch Wärmesuchende irgendwas. Ja, aber die musst du erstmal freischalten, indem du normale... Das ist so jämmerlich. Also, vielleicht hast du Glück bei einem Panzer und der Partner geht voll ab. Da bekommst du ja Squad-Punkte quasi. I mean Jet bist du alleine.